Kürze diesen Bruch Wir bezeichnen den Zähler mit p von x und werden diesen faktorisieren durch das Gesetz vom Rest. Also suchen wir einen Wert für x, bei dem dieses Polynom 0 ergibt. Und das versucht man mit den ganzen Teilern von minus 6. Diese Teiler sind diese 8. Versuchen wir zum Beispiel beim Teiler 1. Der Zahlenwert dieses Polynoms bei 1 berechnet sich, indem wir x da und da durch 1 ersetzen. So erhalten wir 1² plus 1 minus 6. Also 1 plus 1 minus 6, das macht aber minus 4 und nicht 0. Deshalb versuchen wir mit einem weiteren Teiler von dieser Zahl minus 6. Versuchen wir zum Beispiel bei 2. p von 2, das ist 2² plus 2 minus 6. Also 4 plus 2 minus 6 und das macht 0. Demzufolge können wir dieses Polynom faktorisieren in die Form x minus diese 2 mal ein Binom ersten Grades. Und um dieses Binom herauszufinden, nutzen wir das Hornergitter. Dazu schreiben wir zuerst in eine Zeile die Vorzahlen der Potenzen von x in diesem vollständigen und nach abfallender Reihenfolge der Exponenten geordneten Polynom. Also wir schreiben die Vorzahlen 1, 1, minus 6. 1, 1, minus 6. Jetzt zeichnen wir das Hornergitter und setzen diese 2 in diese Zelle hinein. Diese 1 rutscht runter bis dorthin. Von da nach da multiplizieren wir. Also 2 mal 1, das macht 2. Und diese 2 schreiben wir da hin. So. Vertikal wird addiert. 1 plus 2, das macht 3. 2 mal 3 macht 6. Und minus 6 plus 6, das macht 0. Das ist der Rest der Division und dieser Rest muss 0 sein. Demzufolge wissen wir, dass 1 mal x² plus 1 mal x minus 6 gleich ist zu x minus diese 2 mal 1 mal x plus 3. Also x plus 3. Mit dem Nenner könnten wir ähnlich vorgehen, aber hier erkennen wir sofort die binomische Formel. a minus b im Quadrat. Das ist a² minus 2ab plus b². Somit haben wir dieses Trinom sehr schnell faktorisiert. Unser Anfangsbruch kann also so umgeschrieben werden. Der Zähler, das ist dieses Produkt. Und der Nenner, das ist dieses Produkt. x minus 2 Quadrat ist ja x minus 2 mal x minus 2. Jetzt können wir diesen Bruch durch x minus 2 kürzen. Und so bleibt letztendlich x plus 3 geteilt durch x minus 2. und so bleibt ein kürzen. Vielen Dank.